Das Doro Primo 215 ist ein einfach bedienbares Handy mit großem Farbdisplay und lauteinstellbarer Hörer und ruft von Lautstärke. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine große Notruftaste. Zusätzlich zur integrierten Notruftaste verfügt das Handy über eine sogenannte ICE-Funktion. Mit dieser besonderen Funktion werden Sie im Notfall garantiert bestens versorgt. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Online-Shop.